Wie ehrlich muss man sein in deinem Job? Freiheit, Revolution, Coaching, was kostet das? Das kostet 99 Euro im Monat. Klingt so ein bisschen wie Kohle aus der Tasche ziehen gerade. Nee. Millionärs Brain Training Club. Im Grunde genommen wird man vor Menschen wie dir eigentlich gewarnt. Im Internet tummeln sich viele selbsternannte Finanzcoaches. Einen von ihnen trifft heute Jumbo. Sie versprechen schnelles Geld. Ist das Abzocke? Was steckt wirklich dahinter? 100.000 Euro im Monat. Wir wollen Menschen helfen, die das richtige Mindset mitbringen. Wie du möglicherweise zu so einem Auto kommen kannst, und das auch noch im Internet von zu Hause aus, bleibt dran. Na klar, ein Brummbrumm-Auto darf auch nicht fehlen. Ein Video sticht Jumbo ins Auge. Es wirkt mit Reichtum, Glück und finanzieller Freiheit. Ich bin Gunnar Kessler. Der Original Online Business und meine Mentor seit 2005. Der Gunnar Kessler ist wie ein Marktschreier. Je lauter er schreit, je mehr Luxusgüter er zeigt, desto mehr glauben ihm die Leute. Aber kann Gunnar das für andere Leute machen? Oder ist das einfach nur bla bla, um selbst viel Geld zu verdienen? Es hilft nichts. Den Kollegen, den muss ich mir anschauen. Auf nach Dresden, denn hier wohnt Gunnar Kessler. Der 43-Jährige aus dem Video nennt sich selbst Money-Mentor. Er kennt, Zitat, den schnellsten Weg, um legal Millionär zu werden. Für Geld verrät er es einem. Im Grunde genommen wird man vor Menschen wie dir eigentlich gewarnt. Wenn einer verspricht, ich vermehre dein Geld. Oder du musst nur etwas kaufen und dann hast du mehr Geld. Oder du musst nichts tun, jemand anders vermehrt dein Geld. Dann schnür dir die Tue zu und renn. Weil ganz ehrlich, Geld wird nur dort verdient, wo ein Wert geschaffen wird für den Endkunden. Und wenn ein Wert geschaffen wird für den Endkunden, dann kann man Geld verdienen, wenn man es richtig macht. Gunnars Geschichte beginnt angeblich in ärmlichen Verhältnissen. Er habe in einer Diskothek gearbeitet und sei fast pleite gewesen. Meine Mutter hat mich rausgeschmissen, als ich 18 war. Ich habe lange Zeit im Auto geschlafen und gelebt im Auto. Als Erinnerungsstück besitzt er ein baugleiches Auto noch heute. Gunnar begreift, er muss etwas grundsätzlich ändern. Und arbeitet sich zum Multimillionär hoch. Wie er das mit Online-Geschäften schafft, erfährt Jumbo im Büro nebenan. Bei einem Funk-Auto-Schlüssel gehen die Tasten kaputt. Der Hersteller bietet aber keine Ersatztasten, sondern nur einen komplett neuen und teuren Schlüssel an. Daraus entwickelt Gunnar eine Geschäftsidee. Also war meine Aufgabe rauszufinden, wo kriegen wir die Tasten einzeln her. Habe ich lange gesucht, habe eine Firma in China gefunden, die diese Tasten baut. Und dann haben wir geschaut, wie kriegt man den Schlüssel auf, ohne ihn kaputt zu machen. Und haben eine Anleitung geschrieben. Dann musste ein Online-Shop gebastelt werden, wollen wir es verkaufen. Und das war das ganze Business. Etwa hunderttausendmal verkauft er dieses Paket für 20 Euro. Gunnars Initialzündung. Seitdem überträgt er das Prinzip Mehrwert liefern und dabei selbst profitieren auf alle möglichen Dienstleistungen. Heute verkauft Gunnar zum Beispiel auch ein Fitnessprogramm und Beziehungsratgeber und zeigt seinen Reichtum, wenn es um Autos geht. Doch sind das wirklich seine? Wir von Galileo schauen doch immer genau hin. Ich check, wem die ganzen Autos gehören. Sechs. Jumbo überprüft den Besitzer in sechs Fahrzeugscheinen. Alles einwandfrei. Alles seine Autos. Und jetzt kann ich dir noch ein Geheimnis verraten. Bei einem ist bald der TÜV fällig. Ich weiß. Bitteschön. Sein Geld gibt Gunnar auch für Weiterbildung aus. Inspiriert von anderen Coaches. Zum Beispiel dem Amerikaner Tony Robbins. Entscheidet er 2005, selbst Coach zu werden und mit seinem Wissen Geld zu verdienen. Und hier siehst du zum Beispiel die Tagesumsätze. Setzt sich zusammen aus was? Aus Kunden, die Produkte gekauft haben. Gunnar verdient also einmal als Online-Unternehmer und außerdem als Coach, indem er anderen erklärt, wie man ein Online-Business aufbaut. Wer zahlt, kommt auf Gunnars Plattform Schule des Geldes. Was man da lernen kann? Jumbo liest mal ein paar Kurse vor und wir blenden die Preise dazu ein. 24 Minuten Cash System. Was ist Smartphone, Cash Machine? Money Mentor. Ja. Money Mentor war bei mir der Opa. Freiheit, Revolution, Coaching. Was kostet das? Das daneben? Millineers Brain Training Club. Vor der Covid-19-Pandemie gibt Gunnar Seminare. Aktuell jedoch findet alles im Netz in geschlossenen Räumen statt. Dort gibt es aufgezeichnete Videos, Texte und Live-Coachings. Und eine kleine Handlung pro Tag machst, dann, glaub mir, dann kriegst du alles, was du je wolltest. Dabei geht es nicht nur um Motivation. Gunnar gibt seinen Kunden auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um ein Internetgeschäft ohne eigenes Produkt aufzubauen. Er nennt es das Easy-Income-System. Zu deutsch etwa einfache Einkommensmethode. Dahinter verbirgt sich das Online-Geschäftsmodell Affiliate-Marketing. Das funktioniert so. Ein kommerzieller Anbieter zahlt jedem Provisionen, der seine digitalen Produkte verkauft. Das sind beispielsweise E-Books, Bauanleitungen oder Sprachkurse. Der Finanzcoach zeigt, wie jeder solche Produkte im Internet verkaufen kann. Und zwar, indem man es an den Kunden bringt. Durch gezieltes Marketing mit Rundmails, Webseiten und Werbeanzeigen. Setzt man so ein System einmal auf, läuft es immer automatisiert. Pro verkauftes Produkt bekommt man nun passiv eine Provision. Das können bis zu 30 Euro pro Verkauf sein. All das hat nichts mit einem Schneeball-System und nichts mit dubiosen Investment-Tipps zu tun. Trotzdem bleibt Jumbo skeptisch. Klingt so ein bisschen wie Kohle aus der Tasche ziehen gerade. Nee, der Kundenwert steht absolut an der ersten Stelle. Doch wo liegen die Grenzen zur Abzocke? Jumbo trifft einen Experten. Thomas Beutler ist Finanzberater der Verbraucherzentrale Saarland und blockt privat zu Geldthemen. In der Finanzwelt gibt es auch ganz viele skurrile Typen, die euch auf die falsche Fährte locken wollen. Auch diese Themen möchte ich mir gerne genauer ansehen und euch auch davor warnen. Schwarze Schafe gibt es vor allem im Investment-Bereich. Ganz aktuell hat Thomas mitgeholfen, ein Fake-Trading-Portal zu entlarven. Woran erkennt man einen, in Bayern sagt man, Schlawiner? Also ich sag mal, die Aussage, dass es ein Geheimrezept gibt, dass man ohne Risiko und ohne Aufwand finanziell reich wird, das ist schon eine Aussage, die würde ich schon sagen, die ist fast schon betrügerisch, weil das gibt es eben nicht. Und selbst wenn es das gäbe, wäre ja keiner so blöd, das weiterzuerzählen. Auf Social-Media-Plattformen spielen dubiose Anbieter oft mit den Sehnsüchten der User. Sie verkörpern ein Vorbild und sind mit allen gängigen Tricks der Online-Welt vertraut. Man muss auch gut aufpassen, denn wir haben schon gemerkt, dass es im Internet eben auch sehr clevere Fallensteller gibt, die letztendlich das Verhalten des Nutzers antizipieren. Das heißt, die setzen dann irgendwelche Bewertungsseiten ins Internet, die letztendlich den Anbieter bewerten, aber diese Bewertungsseiten sind eben gefälscht. Das heißt, da immer sehr, sehr kritisch bleiben. Doch wer sind denn die Leute, die auf solche Angebote eingehen? Jumbo fährt nach Kempten ins Allgäu. Jeannette Fritsch war Vertriebsmanagerin und hatte keine Lust mehr auf ihren Chef. Auf der Suche nach neuen Möglichkeiten stößt sie auf Werbung von Gunnar Kessler. Mein erster Gedanke war, was für ein Schnösel noch so ein Ferrari-Fahrer brauche ich überhaupt nicht, der irgendwas sagt mit Reichwerden etc. Und es war aber irgendein Satz dabei, wo ich mir gedacht habe, okay, die 6,95 Euro, ich bestelle mir das Buch. Dann bucht sie Kurse bei Gunnar. Ihre Idee? Die Versorgung von Frauen ab 40 mit Mikronährstoffen, die die Hormone ausbanoncieren. Zuerst steht aber Mindset an, also warum mache ich das überhaupt? Du musst zum Beispiel eine Aufgabe bewältigen, 30 Sachen, die du unbedingt haben möchtest und 100 Gründe, weshalb du es wert bist, Millionär zu werden. Ihre Expertise und Erfahrungen über Mangelzustände und Ernährung für Frauen ab 40 will Janett in einem E-Book zusammenfassen und damit Geld verdienen. Wir sind ja jetzt unter uns. Wie viel hast du bis jetzt für Gunnar ausgegeben? Euro. Naja, das war dann schon eine sich steigernde Geschichte. Das, was ich als erstes gekauft habe, hat im Monat 14,97 Euro gekostet. Im dritten Modul war mir klar, ich brauche jemanden, mit dem ich interagieren kann. Und dann habe ich ihn natürlich angeschrieben und habe gesagt, Gunnar, machst du eins zu eins. Ich brauche dich, denn ich will schnell umsetzen. Und dann hat er mir angeboten, ein Sechs-Monats-Coaching. Und das hat gekostet 10.000 Euro. Doch durch das Coaching wird alles anders. Anstatt ein E-Book abzusetzen, macht Gunnar kurzerhand Janett selbst zum Produkt. Jetzt ist sie auch Coach für Frauen, die gesund und schön altern wollen. Wie viel hast du schon eingenommen? Ich bin profitabel. Und das vom dritten Monat an. Das heißt, es hat sich gelohnt? Absolut. Es ist nicht so einfach, wie es einem erzählt wird. Absolut nicht. Und ich glaube nicht, dass ich mit dem 15-Euro-Produkt jemals in die Sichtbarkeit gekommen wäre. Janett hat es mit Gunnars Hilfe geschafft, erfolgreich zu werden und Geld im Internet zu verdienen. Dafür hat sie aber vorher viel Geld und viel Zeit investiert. Und vor allem einen langen Atem bewiesen. Kurz nochmal eine Frage. Was denkst du, wie ist die Erfolgsquote bei dir? Erfolgsquote? Richtig erfolgreich, die ist komplett wirklich durchgehend. Schätze ich auf 5 Prozent. 5? 5. Wie viele Leute gehen bei dir mit Null raus? Ohne Lambo? Mit Null, ich würde schon sagen, 10, vielleicht 20 Prozent gehen mit Null raus. Jumbos Fazit. Es gibt viele schwarze Schafe unter den selbsternannten Finanzcoaches. Wer Gunnar Kessler sein Vertrauen schenkt und ihn bezahlt, der kann mit seiner Hilfe wirklich Geld im Internet verdienen. Die große Illusion vom schnellen Geld, die bleibt eine Illusion, die gibt es nicht. Macht euch eure eigenen Gedanken. Ich bin mir sicher, ihr kommt zu eurem Geld auch ohne einen Coach. Ich bin mir sicher, ihr wisst euch, ihr wisst euch, ihr wisst euch.